In diesem Sinne, liebe Freunde, guten Abend, herzlich willkommen zu einer kleinen Mini-Folge hier bei GTA. Ich wollte einfach nur mal kurz ankündigen, dass ich morgen Abend ab 18 Uhr wieder on Air bin, aber nicht auf YouTube hier. Nein, sondern bei Twitch, weil einige Zuschauer haben ja auch gesehen, dass da böse Menschen auch am Start waren und ich das Ganze halt nicht mehr hier auf YouTube wirklich betreiben möchte, beziehungsweise on Air sein möchte. Nein, ich bin ab morgen Abend, wie gesagt, 18 Uhr auf Twitch da und wenn ihr Lust habt, kommt gerne rein. Ich würde euch allen herzlich begrüßen und willkommen heißen. Und ja, ich jahre hier gerade noch ein scheiß Motorrad. Wenn ihr weiter nachgucken möchtet, dann bleibt gerne dran. Und ja, mach ihm platt, Mann. Mach ihm platt, schieß den Wechser, ja, schieß den Wechser, das machen wir jetzt auch mal. Das machen wir jetzt auch mal. So, wir fliegen jetzt aber nochmal hin zu ihnen. Freunde. Nein, die jetzt noch drinnen geblieben sind und das Video weiter noch angucken. Es gab, ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Streamen gesehen habt, auf YouTube, im Archiv. Und zwar waren da zwei behinderte Pädophile drinne. Und ich möchte mich gerne auch und auch vor anderen Leuten auch schützen. Vor solchen Leuten geht gar nicht. Ich war ziemlich schockiert und sehr sauer gewesen im Stream. Aber ich wollte mit euch eigentlich einen schönen Abend machen, um sie anfangen und so. Nein. Es kamen ja solche Missgeburten dazu. Und deswegen wird das Ganze auch halt bei Twitch morgen Abend zu sehen sein. Also wie gesagt, Freunde, ihr seid herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann morgen da seid. Morgen Abend bei Twitch ab 18 Uhr. Und vor allem, mein Bot ist wieder da. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao. Euer Dennis. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.